Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen News. Ich muss mich wieder mal entschuldigen, dass die Folge wieder ein bisschen später kommt, aber der Annoabend war doch ein bisschen länger als geplant. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar News für euch hier zusammen bekommen und damit wollen wir auch heute direkt anfangen. Als erstes haben wir natürlich mal wieder HarleyCon mit dabei und zwar präsentiert die ja nun ihr Volume 7 KI Stadtbusfamilie und diese enthält insgesamt sieben unterschiedliche KI Bustypen, die auf ihren Einsatz in verschiedenen Omzi Maps warten. Die Fahrzeuge sind in unterschiedlichen Repaints und Ausführungen für Maps wie Hamburg, Hamburger Hochbahn, München, Münchner Verkehrsgesellschaft sowie Metropole Ruhr, Stadtwerke, Oberhausen, aber auch einige Reisebusdienstleister enthalten. Das Paket ist fast fertig und wir planen eine Veröffentlichung im Januar 2020. Weitere Informationen findet ihr natürlich auf der Produktseite unten in der Videobeschreibung. Bus Simulator hat ein neues Update veröffentlicht in der Version 2.15 auf der Playstation 4. Die Xbox One hat die Version 1.3.0.6 und PC hat die Version 13. Neueste Updates für PC, PS4 und Xbox One inklusive neue Zoom-Funktionen für die Minimap ab sofort verfügbar. Frohe Botschaft, die neuesten Updates für den Bus Simulator 18 für PC sowie den Bus Simulator für PS4 und der Xbox One stehen ab sofort zum Download bereit. Neben einer Reihe von Detailverbesserungen bringt das Update auch die vielfach gewünschte Zoom-Funktion für die Minimap ins Spiel. Konsolenspieler dürfen sich unterdessen zudem über die Möglichkeit freuen, die Namen und Nummern ihrer Buslinien ab sofort frei editieren zu können. Hier eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen. Des Weiteren, wie gesagt, haben wir die Zoom-Funktion für die Minimap. Minimap lässt sich ab sofort mit dem neu hinzugefügten Slider zoomen. Kleinere Spielverbesserungen, die Gelbphasen der Ampeln wurden auf drei Sekunden erhöht, Tasten der Kasse sind nun besser sichtbar, zahlreiche kleinere Bugfixes und Spieleverbesserungen. Zusätzliche Verbesserungen auf der PS4 und der Xbox One haben wir hier. Nummern und Namen der Buslinien lassen sich nun editieren. Bei der Nutzung von Lenkrädern muss die Force-Feedback-Funktion jetzt nicht mehr erst gezielt über die Einstellung des Spiels aktiviert werden. Und die Helligkeit der Anzeige lässt sich nun direkt aus den Einstellungen des Spiels heraus konfigurieren. Das hört sich nochmal nach einem super Update an und dass wir jetzt endlich die Linien editieren können, ist doch eigentlich das, was sich schon von Anfang an alle fast gewünscht haben. Der Fernbus-Simulator hat auch ein neues Update und zwar das Beta-Update 4 und 20 erhalten, was jetzt ab sofort zur Verfügung steht. Unterdessen gibt es hier Leistungsstabilisierung, weniger Lacks, Vegetationsfehler korrigiert, Bäume auf den Straßen und so weiter, neue Fotomodus hinzugefügt, neue Stadt hinzugefügt, unter anderem Flensburg. Lack beim Wechseln der Webradiosender wurde behoben, Vegetations-Shader überarbeitet, Herbstfarben der Vegetation wurde wiederhergestellt und überarbeitet, Animation der Vegetation überarbeitet, Bremskraft der Busse wurde überarbeitet, ABS der Busse wurde überarbeitet, Fehler in der Lokalisation wurde korrigiert, Autobahnbaustellen im Norden Deutschlands überarbeitet und weitere kleine Bugfixes wurden konfiguriert. Oder korrigiert eher, ne? Passt besser. So, es gibt ein neues Video, welches Aerosoft bereitgestellt hat und zwar nämlich den neuen Bus-Mechanics-Simulator. Das vollständige Video findet ihr selbstverständlich auf der Facebook-Seite von Aerosoft. Den Link packe ich euch natürlich unten wieder in die Videobeschreibung rein, wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Bus auseinandergelegt wird und wieder zusammengebaut wird, solltet ihr euch das Video unbedingt mal anschauen. Und ich freue mich eigentlich schon relativ sehr, ich mag diese Mechanik-Spiele schon sehr, bin mal gespannt, wie sich das Ganze nachher spielen lässt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, WizGames ist jetzt nicht so der Entwickler oder der Publisher, wo ich mich sehr drüber freue, denn die vergangenen Spiele waren jetzt nicht so der Burner. Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht erwartet uns ja hier doch eine tolle Simulation. WizTrains hat einen neuen Zug veröffentlicht und das ist der SNG. Ist soeben erschienen und kann für 17,85 Euro in Deutschland erworben werden. Nicht wundern, 15 Euro werden auf der Webseite angezeigt, es kommen aber noch 2,85 Euro Taxi-Gewür dazu. Also die Gewerbesteuern, die ihr natürlich dann mit oben drauf zahlen müsst. An sich sieht der Zug wieder mal wundervoll aus WizTrains, macht eigentlich sehr, sehr gute Addons, wenn ihr euch das Ding mal anschauen wollt. Denn wie gesagt, findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es weitere Bilder und natürlich den Kauflink, wo ihr das Ganze dementsprechend kaufen könnt. Wir haben ein neues Video von U5, der Map der Kanzlerbahn für OMSI 2. Und hier ist folgender Titel. Es ist nun soweit, nach 3 Jahren Bauzeit geht die Vollversion der U5 online. Mit der U5 durch das Kanzlerviertel und am Alexanderplatz durch nach Lichtenberg. Das Ganze findet ihr natürlich auf der Webseite, unten in der Videobeschreibung selbstverständlich verlinkt. Alles könnt ihr euch das Ganze dementsprechend runterladen. Und den vollständigen Trailer packe ich euch auch noch rein. Könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung finden. Schaut es euch am besten an. Wir haben es bereits schon gespielt. Eine sehr, sehr frühe Version. Und wir waren eigentlich positiv überrascht, wie gut sich das hier ganz so spielen lässt mit der U-Bahn. Wie gesagt, falls euch das Ganze interessiert, entweder bei uns in der Playlist vorbeischauen oder selbst mal testen. Für OMSI 2 ist ab sofort erhältlich. Und die Vollversion erscheint dann im April. Ein Thema haben wir noch und zwar betrifft es das Thema Humble Bundle. Ich weiß, der ein oder andere wird sich jetzt hier ein bisschen krümelig lachen über den Namen Humble Bundle. Aber Humble Bundle ist ein richtiger, vollwertiger Store, wo ihr Spiele kaufen könnt. Und hier gibt es jetzt aktuell das Train Simulator 2020 Bundle. Hier könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das Geld dem Entwickler zukommen lassen wollt. Oder ob ihr das Ganze lieber an hilfsbedürftige Menschen spenden wollt. Da hat Train Simulator, also Dove Day Games mit Humble Bundle einen kleinen Deal eingegangen. Und hier habt ihr, wie gesagt, folgende Möglichkeit. Wenn ihr nur einen Dollar bezahlt, ja, also insgesamt 92 Cent, bekommt ihr den Train Simulator 2020 mit dem DLC Riviera Line, Western Hydraulic Packs, Miami West Palm Beach und den CSX AC 6000 CW. Wenn ihr 4,63 Dollar spendet, also 4,61 Euro, kommen dann Rare Dale und Teasdale dazu, BR Class 24, North East, North Jersey Coastline, NJ Transit, GP40PH, West Rhein, Kohlen, Koblenz und MRCE BR 185.5 dazu. Und wenn ihr natürlich mal so richtig spenden wollt, dann könnt ihr das Ganze für 12 Dollar tun, also umgerechnet 11,6 Euro. Da bekommt ihr zu dem Ganzen, was ich jetzt gerade aufgelistet habe, noch die Chatter Main & Madway Valley dazu, BR Class 402, Fieder River Canyon, Wester Pacific, FP7, Hamburg S1 S-Bahn und die DB BR 114. Das Ganze läuft jetzt nur noch zwei Tage, also wenn ihr jetzt den Train Simulator für ein bisschen günstig Geld jetzt hier abstauen wollt, dann könnt ihr das Ganze jetzt hier tun, entscheidet euch natürlich für die hilfsbedürftigen Menschen, ja, das wäre natürlich eine tolle Sache. Und dann könnt ihr euch den Train Simulator mit allen DLCs natürlich dann kostenlos sind, also kostenlos in dem Fall, könnt ihr euch das natürlich dann runterladen. Das Ganze packe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung mit rein, dann könnt ihr euch das Ganze dann nochmal direkt mal durchlesen. Wie gesagt, ich kaufe da schon seit vielen, vielen Jahren meine Spiele und unterstütze natürlich hilfsbedürftige Menschen und bin eigentlich, ja, von diesen Aktionen eigentlich doch recht positiv. Hammel Bundle ist also absolut empfehlenswert. Und das war es dann auch schon von unserem Breaking News, ja, oder was heißt Breaking News, unsere News. Es ist ein bisschen weniger geworden, es wird tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen ruhig und ich weiß, jedes Mal kommt die Frage, was ist mit der C2-Stadtbusfamilie, was ist mit Düsseldorf und wo geht das Ganze hin und man findet keine Posts mehr. Ich kann selbst nur das sagen, was ich hier aktuell finde und von daher kann ich euch natürlich keine Antworten über die C2-Stadtbusfamilie geben. Auch kann ich euch mal keine weiteren Sachen nennen, die jetzt Düsseldorf betreffen und so weiter und so fort. Man hört immer was munkeln, aber dadurch, dass das Ganze eher als Gerücht einzustufen ist, möchte ich das Ganze nicht so wirklich hier hochpauschen. und deswegen belasse ich das Ganze dabei und sobald es natürlich handfeste News gibt, dann werdet ihr das natürlich hier erfahren in diesem Video-Format. Und damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ja, wir sehen uns hoffentlich dann nächstes Wochenende wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.